Musik 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 Modeln Halb Test Check Das klingt nicht so schlecht Wir haben ja gerne unter uns Cool Was willst du jetzt von mir werden? Musik 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 Erstmal an alle Fans da draußen wollen wir erstmal ein schönes Dankeschön sagen, dass ihr heute Abend hier gewesen seid und unsere Tagkräfte hier vor der Bühne unterstützt habt. Musik 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 Man hat ja von euch In letzter Zeit gar nicht so fürchterlich viel gehört. Musik Habt ihr so eine Kreativpause gemacht? Nein, es liegt einerseits daran, dass Harald sein Studium abgeschlossen hat. Musik Mit 1,2 wenn man das sagen darf. 1,2 war mir nicht schlecht hier. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Was Jörg sagen wollte, ist, dass das nächste Album geht mehr in die Erbsensuppe. Das wird so richtig schön deftig. Wir werden unseren Touch, den wir haben, beibehalten. Man wird immer noch Northarian raushören, aber man wird schon sehen, es ist eine Entwicklung da. Also am 12.10. im Mubes in Aurich, da ist eine Metal-Benefiz-Nacht zusammen noch mit Monster, Creatures from the Tomb und Hernery. Und das wird richtig geil. 5 Euro Eintritt für vier Bands. Und das geht an den Elternverein Krebskranke Kinder. Da muss man auf jeden Fall hin. Weiter, nicht so zaghaft. Das darf noch. Ja, jetzt. Stopp. Bla, 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 bla. Kleinen Tick zurück. Winzig. Ganz kleinen Tick zurück. Zurück, zurück, zurück. Stopp. Jetzt ist gut. Mach mal was. Hallo. Bleib mal auf der Bühne, damit du auch merkst, ob du dich hörst, oder? Ja. Komm, wir fahren. Die Kuppel ist auch noch nach vorne, komm und hör. Komm, wir fahren. iku прав. handle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020